Ja, Servus liebe Leute! Endlich geht es wieder weiter mit meinem Sims 3 Projekt. Und heute steht was ganz besonderes an. Und zwar, wie ihr hier schon sehen könnt, der Tommy Chase wird heute in die WG eintreten, eintreffen, auf die anderen dann auch treffen. Und wir werden sehen, was passieren wird. Das ist jetzt unser neuestes WG-Mitglied. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal den Countdown. Wo befindet sich der Herr gerade? Ah, er tritt jetzt das erste Mal hier rein. Also ich finde es wirklich sehr amüsant, dass wir jetzt hier einen neuen Bewohner haben. Wir beobachten das jetzt erstmal gerade. Und ja, klar, genau. Erstmal ein bisschen hinsetzen, ein bisschen Let's Plays machen. Das wird doch hier immer gerne gesehen. So muss das sein. So was will er denn? Er möchte nämlich hier gerne eine Profisporter-Karriere einschlagen. Das ist irgendwie sein Wunsch. Und Chichi Stone Leckerchen geben. Ja, das wird auch mal hier noch passieren. Okay, dann würde ich mal sagen, wir suchen ihn dann auch, wenn es ein bisschen heller geworden ist, auch einen Job. Ja, ansonsten ist hier noch alles ganz neu. Okay. Er ist ja noch momentan arbeitslos. Und für jeder, der jetzt hier den Tommy Chase nicht kennt, das ist ja unser TK Chase-07 oder auch als TK Tom bekannt. Und ja, auf jeden Fall, was muss ich noch euch sagen, Leute? Die Halloween-Party vom letzten Mal ist ja schon ewig vorbei. Ich habe hier wieder alles schön abgeräumt. Okay, die Musik läuft hier anscheinend noch. Äh, das ist ja auch nicht gerade so country. Ah, der ist eingestellt. Okay. Ist ja auch nicht so gerade der Hammer. Gut. Ansonsten würde ich sagen, später müssen wir auch noch den Tommy sein Zimmer, ähm, dekorieren. Und ich würde mal kurz gucken, ob er schon in die Zeitung reinglotzen kann. Ähm, Job suchen, ob das schon geht. Und ich finde, von Weitem sieht er schon ein bisschen aus wie der Tommy. Also ich finde das schon ein bisschen faszinierend. Und ich hoffe, ich habe ihn auch relativ gut getroffen. Oder annähernd, also für die Verhältnisse, dass ich ihn noch nie live gesehen habe. Denke ich mal, ist das ganz schön gut geworden. So, wir suchen dann für ihn dann auch noch die passenden Outfits raus. Und so weiter und so fort. Wir müssen uns hier erstmal, ja, rantasten, was hier los ist. Und ja. Na, Tommy, was ist los hier? Ha! Genau, Final und Tommy hier am Essenstisch. Oh, der eine ist wieder, hat sich verschluckt. So, er kann sogar Profisportler werden. Also er könnte Profisportler werden. Politik ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Wirtschaft ist auch langweilig. Also machen wir doch Profisportler. Ja, ja, die Musik. Ja, die Musik. Gut. Also, dann müssten wir auch irgendwie mal ein bisschen mit ihm dann, ja, üben. Auf jeden Fall muss er jetzt immer, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag arbeiten. Von 15 bis 21 Uhr. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. So, sein Zimmer, da oben ist ja überhaupt noch nichts aufgebaut oder ausgebaut. Ich würde mal denken, wir geben ihm so ein schönes, großes Zimmer hier. Das wird noch ein bisschen, äh, richtig stylisch, ähm, ja, eingerichtet, sag ich jetzt mal. Und, ich denke mal, das wird dann auch was. Ich würde gerne, ja, genau, er muss schon mal lernen, ähm, wie, wo er schlafen soll. Jetzt sehen wir hier die Wände. Lalalala, lalalala. So, was macht er hier? Also er fängt schon mal an, das Trainieren. Also das war es auch schon wieder anscheinend. Okay, ähm, kann er das, er kann das abschließen? Ah, okay, das finde ich auch interessant. Äh, du liegst im falschen Bett, ich wollte dich eigentlich hier hin haben. Hm, du schläfst in dem Bett. Damit wir schon mal hier das, äh, eingerichtet haben, genau. Die Zimmer sehen natürlich noch alle, nur nach 15 aus. Das ist natürlich, ähm, das Normalste, weil, äh, Leute, es ist ja noch nicht schön eingerichtet. Das ist einfach nur Standard. Du kannst dich jetzt mal ein bisschen beeilen. Und jetzt liegst du im Bett. Und jetzt möchte ich mal kurz, er kann abschließen, aha. Abschließen alle, alle außer mein Haushalt, alle außer mir. Na gut, also kann, ich weiß nicht, ob da jetzt überhaupt jemand noch anderes rein kann. Wir lassen den, würde ich sagen, erstmal ein bisschen pennen. Und, was macht denn überhaupt die Chichi schon wieder? Die will schon wieder auch ins Klo rein, wie immer. Die will Tommy Chase, oh, das ist schon wieder vorbei. Aber die wollte ihn begrüßen. Und ich finde, die sollten dann auch alle mal den Tommy Chase selbst begrüßen und ihn kennenlernen. Die Katze will den Friedhof besuchen, genau. Äh, okay, das ist schon ein bisschen strange. Mensch, die schlafen jetzt alle, weil es ist ja nachts, also die Katze rennt rum. Und was ist jetzt schon wieder passiert? Äh, irgendwas ist passiert, Leute. Gut, ähm, ich schalte mal kurz die Wände wieder auf Halbmast. Und das gefällt uns doch schon alles viel besser. So, der Tommy, der müsste noch, der pennt noch, okay. Der soll nämlich ihr dann irgendwie mal, äh, ach so, er soll sie dann mal bitte hochnehmen. Und das Tier baden kann er auch, natürlich. Und, ja, mehr kann er auch noch nicht. Aber er schläft noch da oben, unser lieber Tommy. Na, sowas. Der Feine ist ja ein Frühaufsteher, das kann ja mal gar nicht sein. Das ist ja eigentlich mehr als außergewöhnlich. Na, Feine, was hast du denn heute wieder Schönes vor? Schachspielen, ne, das ist ja auch was für dich. Das ist ja auch was für dich. So, lieber Herr Chase, wo sind sie? Sie schlafen ja immer noch. Den wachen wir jetzt mal, den wecken wir jetzt mal auf. Weil, äh, das kann ja wohl auch nicht sein. So, also den Schlafanzug müssen wir ihm auch noch einrichten. Okay. Okay. Ich denke mal, er wird runter zur Katze gehen. Viel Spaß. Und der erste Kontakt wird entstehen. Oh, Leute. Servus, Mitbewohner. Oh, 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 die faucht. So eine Bestie hier. Die macht einen Katzenbuckel. Oh, negative Punkte hier. Äh, der muss sich erst mal annähern. Das ist das Problem gewesen. Erst mal schnüffeln lassen. Das ist immer gut. Wir müssen erst mal, sie muss erst mal gezähmt werden vor Fremden. Oh, 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 aggressive Chichi. So habe ich dich aber nicht erzogen. So. Auf jeden Fall hat er ihr ein Leckerchen gegeben. Deswegen ertönt die Musik. Das war ja sein Plan. Die Katze dreht ja richtig ab. Also wirklich. Ich soll mal nicht hier so, ähm... Oh, sie faucht, wenn ich sie hochnehmen will. Okay. Wir füttern sie einfach mit Leckerchen, stopfen sie voll und tun sie ein bisschen erpressen. Damit... Also das ist schon ein bisschen heftig. Na gut. Äh, ja. Ja. Sie miaupt die ganze Zeit. Sie will irgendwas und kann ich was mit ihr machen. Und wenn ich sie anfassen will, dann, äh... Ja. Ja, erst mal was essen, Tommy. Genau, sonst verhungerst du mir ja noch hier. Okay, die Katze... Spinnt. So, ich würde sagen, ja, er macht sich kurz was zu essen. Bla, 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 bla. Und wir... Oh, sie malt hier schon wieder. Ähm... Wir... Kleiden den Tommy dann mal ein bisschen ein. Äh, Final. Ach, er macht nur das Bett. Er macht Tommys Bett. Ne, das ist ja mal eine Ordnung hier. Ähm, wir müssen dann mal sein Outfit planen. Er macht das ganze Bett hier. Das ist aber sehr sozial. Final, du bist hier zum Musterschüler mutiert. Servus. Das gefällt mir. Ja. Okay. Äh, ja. Was? Final Stone hat, äh, gesehen, wie sich sein Tier übergeben hat? What the heck? Da stand er grad. Äh, ja. Er wird... Ja, abstoßen und anblickt das, glaube ich. So, Alltagskleidung haben wir ja eigentlich, wie ihr schon bei dem Let's Create sehen konntet, äh, haben wir eigentlich ausgewählt gehabt. Ähm, ja. Ich lass das jetzt mal kurz so. Ach so, das war eigentlich... Ja, das war eigentlich... Das ist jetzt als Abendkleidung, aber das soll eigentlich die Abendkleidung gewesen sein. Ach, das braucht ein bisschen länger zum Laden, Leute. Jetzt verstehe ich. Ihr müsst mal kurz geduldig sein. Äh, ja, das gefällt uns doch als Alltagskleidung. So. Dann machen wir das besser so. Und wir gucken jetzt nochmal bei der Abendkleidung. Ich dachte, das jetzt wird vertauscht. Ähm... Schmeißen wir mal kurz weg hier. Ich meine, das ist ja keine Abendkleidung hier. Das ist ja hier Pferdeboy oder sowas. Aber das geht ja nicht, Leute, ne? So, wir könnten ihm zum Beispiel, genau, ein schicken Tilesmoking hier verpassen. Ich finde das irgendwie Stylo, oder, Leute? Das passt doch irgendwie zu ihm. Schaut euch das mal an. Also, ich finde, das sieht richtig genial aus. Irgendwie will ich das jetzt lassen, weil das cool ist. Das lassen wir, Leute. Das ist richtig genial. Entweder das oder das. Komm, wir lassen das, Leute. Das ist cool. Das ist irgendwie stylisch. So, das machen wir als Favorit. Ähm... Ja, aber... Nee, noch nicht. Als Favorit möchte ich noch die Schuhe ändern, weil die sind nicht so schön. Zumindest sind es die Farbe nicht. Also, was sind denn die für Cowboy-Stiefel am Werk? Das geht ja mal gar nicht. Es gibt für die Abendkleidung nur diese Schuhe. Das ist ja auch mal gut zu wissen. Ähm... Ich möchte mal kurz die Jackenfarbe haben. Damit ich die mal kurz auf die Schuhe übertragen kann. Boah. Jetzt da vorne noch. Und schon haben wir den perfekten Stylo. Yes. Gut. Dann machen wir das als Favorit. So, jetzt brauchen wir noch eine Nachtwäsche. Der Tommy bekommt auch... Er bekommt Katzenschuhe oder was? Chichi-Schuhe bekommt er vor allem. Ich gucke mal, was es hier für Schlafanzüge gibt. Das ist hier auch hier eins auf. Naja. Das sieht schon ein bisschen komisch aus, wie ich finde. Und das ist so... Naja, das... Also, das sieht ja auch nicht gerade toll aus. Hm. Also, das sind schon komische Sachen, was es hier gibt. Nee, 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 nee. Mal sehen, was wir haben hier denn da noch. Yay, Leute. Was ist das denn? Uh. Das sind ja Sachen... Hm. Gibt's auch. Gibt's auch, Leute. Was ist denn das hier? Okay. Ähm. Puh. 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 Wir können einfach Männer schlafen auf den Boxershorts. Puh. 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 Das ist doch auch die Sache in Ordnung. Hey, wir können hier auch so ein Zombie-T-Shirt nehmen. Yay. Wir haben hier ja die Zombie-T-Shirts. Genau. Hm. Kann ich das auch ein bisschen schwärzer machen? Gut. 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 Ich will das schwarz haben. Also so richtig ein bisschen schwarz. Und so, ich will mal kurz was gucken. Lalalalalal. Ah, ja. So, und jetzt haben wir es richtig, ähm, dunkelschwarz wollte ich schon sagen. Schwarz ist schwarz, aber jetzt haben wir es richtig schwarz, nicht so gräulich. Leute, ich find's irgendwie putzig. Wir lassen das einfach so mal. Wir lassen das einfach mal so stehen. Und, ja. So. Und Hausschuhe, was haben wir jetzt gesagt? Lassen wir das? Ja. Wir lassen das. Können wir die auch? Was ist eigentlich, wenn wir die jetzt auch ziemlich dunkel machen? Und die sind schwarz. Ach, Leute, kommen lassen wir sie schwarz. Schwarze Tierhausschuhe. So, das ist unser Favoriten-Style. Dann, äh, ähm, will er eine Sportlerkarriere einschlagen? Dann brauchen wir noch etwas ziemlich Sportliches. Ähm, ja. Ja, wir ziehen ihm einfach irgendwelche Schuhe an. Und was gibt es denn da für Sachen? Äh, sehr skurrile Sachen gibt es da. Also ich glaube, wir gucken jetzt da mal lieber einzeln nach. Also an Sportklamotten, finde ich, haben die schon sehr komische Sachen hier. Das ist doch eher wie eine Badehose. Hm. Das zählt alles als sportliche Klamotten? Ja. Wir können ihn einfach hier sowas anziehen, finde ich. Doch das passt doch irgendwie zu ihm. Ähm, so. Wir lassen das einfach so. Ich hoffe, es ist recht. Dann, jetzt kommen wir zu der Bademode. Hm. Sowieso. Ja, Männer oben ohne, sehr klar. Ich glaube kaum, dass die ein Bikini-Oberteil, äh, oben drüber ziehen. Das wäre sehr unvorteilhaft. Wir geben ihm einfach so eine Short. Und wir können ihm auch die blaue Short geben, auch zum Baden. Das ist egal. Soweit ich weiß, mag er blau auch sehr gerne. Und Karriere wissen wir ja noch nicht. So, ich würde sagen, äh, wir speichern das dann. Ab. Und in dem Part. Also so sieht er ja normal aus, Leute, damit ihr ihn nochmal seht. Wir speichern ab. Und ich wünsche euch derweil schon mal alles Gute. Hey, das war's auch schon wieder für den Part. Ihr habt jetzt nicht so viel gesehen. Ähm, das war einfach nur mal so die Einleitung. Und, ähm, ja. Der Tommy muss sich ja auch erstmal eingewöhnen, sag ich jetzt mal. Gut. Das nächste Mal werde ich euch noch ein paar andere Gags zeigen. Oder noch ein paar andere Sachen. Wir werden vielleicht auch sein Zimmer ein bisschen umdekorieren, wenn ihr das sehen wollt. Und, äh, was liegt denn hier für ein Käsehaufen? Was ist das denn bitte? Ach, irgendein Dreck. Ja, der Tommy könnte das auch mal machen und sich nützlich machen als neuer Mitbewohner. Nein. Und, ähm, ja. Das ist unser Grundstück. Ohne Wasser anscheinend. Und ich hoffe, wir werden noch eine richtig coole WG. Ich bin mir eigentlich schon versichert, dass wir eine coole WG werden. Es werden ja immer mehr Leute dazu kommen. Und falls ihr noch irgendwie Anregungen oder irgendwas habt oder Spielvorschläge, was ich da noch mit einbringen kann, dann sagt es mir ruhig. Ich werde mich auf jeden Fall danach richten. Und, ja. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.